So ey, lasst jeden Pfeil in schwarze Treffen hier. Ups, entschuldige Lydia. Alter ist der Kerl hart. So, wo ist der Ander hier jetzt? Okay. Ein Blasenpilz, ja lecker. Ich brauch mal wieder irgendwie so ein geiles Artefakt oder sowas. Ja, Geldbeutel tut's auch zwischenzeitlich. Jetzt habe ich diesen verkackten Totenschädels, bevor ich ihn wieder vergesse aus dem Inventar zu hauen. Da ist er. Höh. So. Deswegen muss man wieder aufpassen. Nicht, dass das irgendwie mit einer Falle versehen ist. Untote bis Stufe 35 Den Zirkel betreten, ergreifen die Flucht Erzaubernder Halt innerhalb des Zirkels Oh, das hört sich ganz geil an Das sacke ich mal ein Ich glaube, hier geht's weiter Orkischer Dolch, den brauche ich nicht wirklich Da sehe ich doch noch eine Kiste Oh, Adept Alles an Zaubertränken her So, ah, da habe ich noch eine Urne gesehen Okay, das war's, glaube ich So, mal sehen, was uns hier noch weiterhin erwartet Hui Wie das noch? So kleine Goldstückchen nehme ich mit Oh, da sehe ich schon wieder eine Falle Da wird Lydia sicher gleich draufsteigen Nicht mal Dann kann ich noch die Truhe durchsuchen Schrecksack Entschuldige kurz, Lydia Ja, ich weiß, ich weiß Entspann dich Ach Pau, voll in die Birne Alter, das Ding macht Schaden Scheiß, die Wand dann Hä, wohin ist der Kerl in jetzt abgehauen Bitteschön Komm her, ich hab Feuer für dich, Kumpel Au Komm her Au So Sorry, Leute, das muss jetzt irgendwie sein Ich habe mich gerade da so gefühlt, dass Hätte ich Bock, das gerade zu sagen So Zwergenpfeil Also ich nehme wieder das Amulett von Akatosh Das macht irgendwie Also dieses 3% weniger Das spürt man ja gar nicht 25% Die schnellere Magikaregeneration Spürt man jedoch sehr gut Säule aktivieren Ah Ah, toll, ist ja ein leichtes Rätsel Adler Wahl ist hier schon eingestellt Dann nochmal Adler Und Schlange So Das war ja voll easy peasy, ey So, ist hier irgendwo noch jemand Ah, ein Draugur mit 16 Gold liegt da noch Was haben wir hier noch Adler Wahl Perfekt Ha Pippi Einfach Meine ich natürlich So Dann Öffnen wir mal diese Och, nö Er wisst ja Wonach dieser Raum schon wieder stinkt Er stinkt nach irgendeinem höheren Draugur-Fiech Na, ich höre ihn doch schon Aber erst mal plündere ich noch diese Begräbnisurne So, wo bist du denn, hä? Ein Draugur-Todesfürst Na, herrlich Den ich gar Der mich anschreit Immerhin zerstört Na genau, Lydia macht ihn mal platt Ich haue ihn mal wieder in den Rücken, ne? Wir machen wieder das gleiche Spiel Na, da kann ich wenigstens einhändig ordentlich leveln Boah, Lydia hält aber auch gut was aus, hä Ach Leute, wie geht's euch denn so? Erzählt mal Auf was prügelt ihr denn mit euren Zwergenexten so ein, ne? Oh, jetzt hat er sie entwaffnet Hua, Kamehameha, pow Oh Ja, man, Lydia Ja, Lydia Nimm deinen Streitkolben wieder, Lydia So, ist gut Ne, ne, das war's dann Der Nordstreitachs des Eises So, was hast denn du noch? Boah, das Ding ist halt mächtig, hä Und nimmt auch mächtig viel Platz weg Die lasse ich hier Kann ich jeden Scheiß mitnehmen Hallo? Hallo? Ah, er ist halt So, was haben wir denn hier jetzt alles? Ein Balsamierungswerkzeug Leichentuch oder Leinentuch Oder was auch immer Ist mir egal So Zack Es geht weiter Ach Gott, ich dachte, das wäre der Endboss Ja, sacken wir mal alles ein Huh, was steckt denn hier? Ein Elfenschwert Dafür gebe ich doch glatt Ich bin direkt hinter euch Ich habe geschworen, eure Last zu tragen Äh, Waffen Waffen, 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 Waffen Ich gebe dir mal meine Zwergenkriegsachs, liebe Lydia Ach, die nimmt sie auch gleich Geht hier voran Dann nehme ich mal dieses schwule Elbenschwert hier Ich sage immer Elben, weil ich es von Herr der Ringe gewohnt bin Nein, es sind ja nicht Elfen, sondern Elben Ja, das Elbenschwert nehme ich mal zur Hand hier Stab der Flammen kann ich mir eigentlich auch mal in die Favorites hauen Den tue ich mir dann mal in die linke Hand So Elfenschwert kommt in die rechte Hand So Und auch auf die 1 So Meine Freunde der Sonne Jetzt kann es losgehen hier So, kurz safen Oh, was sehe ich denn da? Eine Rune Haha Mein Mächtiger starb So Irgendwie fühle ich mich gerade voll gut equipped Keine Ahnung, wieso Wahrscheinlich bin ich es eigentlich gar nicht Diese Stäbe, ehrlich gesagt, noch nie wirklich eingesetzt Wird ja mal Zeit, ne? Noch ein Rätsel, das ja Einfacher nicht sein könnte Okay Ah, wo hast du den Stab jetzt hingeschoben? In Puppo, oder was? So Wahl Adler Jawohl Oh Okay Schlange Die drehen sich mit Naja, gut Adler Und Wahl So Und das war ja ein leichtes Rätsel zu erkennen Dass der Letzte immer die vorherigen 3 mitdreht Und so weiter und so fort Das war ja jetzt wirklich nicht schwer zu erkennen Hä? Tolftier Das freut mich aber, Tolftier Das freut mich So Tolftier ist mir sympathisch Beschädigtes Buch Nein, danke Was haben wir denn hier? Die Tralle Argonische Maid Hm Zaubertrank der Magiker Alchemielabor Lass ich jetzt mal gut sein hier Oh Falle Irgendwer ist jetzt reingelatscht Lydia stört's irgendwie nicht groß Naja, die hat ja so viel HP, ey Ich will gar nicht wissen, wie viel Lydia aushält Das finde ich echt cool Dass die Gefährten hier auf dem Meister Auch um einiges stärker werden Oh Ich zücke mal meinen Stoff hier raus Mal sehen, was wir jetzt hier Ich glaube, ich muss mal demnächst mal Aufnahmestopp machen Also so etwas Nun seht euch das an Hammer Ja, da sitzt einer Warum ist dies so tief in Saartal begraben? Tölftier, da sitzt einer Tölftier Was könnte dies für ein Ort sein? Lebt wohl? Keine Ahnung, aber da unten sitzt dennoch einer Was? Sag ich doch Was? Juri Gaujursson Nichts scheint zu funktionieren Ich versuche, ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen Ach du Scheiße Oh, der macht aber gut Damage, der gute Jurek Ja, dann entziehen mal was von seiner Kraft, Mensch Ja, wie er widersteht Flammen Bist du mich jetzt komplett verkack-eiern Was nehme ich denn dann? Na, erstmal Stoneflash Jawohl Komm schon, wir machen ihn locker platt, Lydia Oh, was ist denn jetzt los? Ja, wir hauen doch ganz gut rein, ne? Bäm Was für ein geiler Finisher Ui So, der wäre begraben Ja, so allmählich werden wir stark, Leute So allmählich Boah, ich liebe Schwerter irgendwie einfach Weiß nicht, kann Schwertern Fragment von Gaul Boah, steigert Magikar um 30 Versiegelungsformel Silberring Okay Stab von Jurek Gaulus Sagen wir mal ein, ne? Da können wir wieder nicht laufen Aber ich weiß noch, einen Wundertrank der Stärke haben wir noch So, teuf dir Was geht jetzt ab hier? Erzähl mal Seid bereit, euch zu verteidigen Was ist das denn für ein Ding da hinter dir? Ich habe keine Ahnung Das ist erstaunlich Wirklich erstaunlich Der Erzmagier muss sofort informiert werden Das muss er mit eigenen Augen sehen Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen Könnt ihr zur Akademie zurückkehren Und Savos Ahren von dieser Entdeckung unterrichten? Bitte beeilt euch! Alles klar, das machen wir doch gerne Aber zuerst einen Zaubertrank der Stärke rein Oh, das hat nicht gereicht Oder? Doch, hat's Gut Dann Gibt's eigentlich noch irgendwas Spannendes? Also wir müssen zurück zur Akademie Das werde ich jetzt per Schnellreisesystem machen Weil da hinzulaufen ist ja echt mal arschig Und dann würde ich sagen, machen wir eine Aufnahmepause Was gibt's denn hier eigentlich? Ui Oh, ich höre Drachenrufe Sie rufen mich zu sich Ha, da wartet ein weiterer Schrei auf uns Und Wort der Macht gelernt Fleisch-Eis-Form Ja, das könnt ihr behalten, so Jawohl Saartal-Ausgrabungsstätte Ähm, ja Hallöchen Ich würde mal sagen, wir kehren dann zuerst mal nach Weißlauf zurück Und werden mal den ganzen Scheiß verkaufen können So Weißlauf Zack So, dann verkaufen wir den da noch Äh, unseren ganzen Schrott Würde ich mal sagen Und dann Es liegt Frost in der Luft Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun Tut sie nicht? Also es tut mir leid für dich So, jetzt muss ich hier aber mal kurz eine paar Stunden warten Dass ich hier noch meine Scheiße verkaufen kann Zack So Ah, hallo Adrian Schön, dass du dich da einfach mal hingespawnt hast Eine Runde Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt Das gefällt mir Das gefällt mir So Was können wir denn alles machen? Oh, wir können schon wieder Eisenbarren machen Er hat da keine zwergischen Metallbarren Um meine Waffen zu verbessern Aber vielleicht hat er die Adrian ein bisschen was Das würde ich sagen Die kriegt jetzt erstmal alles, was wir gerade nicht brauchen Den normalen Elfenbogen kann sie eigentlich haben, glaube ich Weil wir haben ja den des Animus Den wir mal aufladen sollten So Gut Babykleidung Was brauche ich denn da nicht? Das brauche ich nicht Sonstiges Ja, Crudum Erz kannst du haben Das Zahnrad kannst du haben Hast du noch ein paar zwergische Jawohl Sie hat ein paar zwergische Metallbarren für uns Mhm Ähm Genau, wir müssen noch unsere Rüstung verbessern Okay Lydia, du hast auch noch ein bisschen Schrott Ich habe geschworen, eure Last zu tragen Ja, den benutzt du eh nicht Der macht 22 Und die Zwergenkriegsext macht auch 22 Dann verkaufen wir die Und du darfst den Den lade ich dir auch wieder auf Den kann ich dir auch noch verbessern Dann mal los So Zack Bin immer noch da So, erstmal Objekte Waffen So, orkischer Streitkolben der Absorption Damit ist der voll So, und mein Helfenbogen des Animus Ihr geht vor Ich folge So Ich bin direkt hinter euch Ich habe geschworen, eure Last zu tragen Oh ja, das hast du Und zwar Trägst du für mich mal bitte Hm, welches Amulett bringt's denn für dich Das Blocken mit dem Schild absorbiert 10% mehr Schaden Ich glaube, das ist mal nicht schlecht für dich Oh Steigert die Gesundheit um 20 Punkte Davon kriegst du doch mal einen, liebe Lydia Cool, ich dachte, die behält man gar nicht Hihi Und ein Zwergengeschild kannst du haben So Oh, warum bin ich denn jetzt so beschwert hier Ich helfe meinem Fahrer Hm Klingen Helme So ziemlich alles, was ihr braucht So Den kannst du haben Bis zum nächsten Mal So Wollen wir jetzt noch irgendwas vergessen? Boah, sehen wir heiß aus, Leute Ah ja, genau Ich wollte ja noch so ein paar Deggers machen Ihr denkt, dass all der Rat, den mein Vater dem Jarl zu Ei Ist Sagen wir einfach, ich berate den Berater und belassen wir es dabei So, Eisen Eisendolch Das finde ich cool, dass jeder Eisendolch genau gleich viel bringt Haha Schmiedekunst verbessert auf 34 Es wird immer besser, Leute Ich sage nicht, dass ich der Hm Klingen Helme So ziemlich alles, was ihr braucht Die kannst du mal haben Und die kannst du haben Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen So, dann verstaue ich mal den restlichen Rotz alles im Haus Und dann Beziehungsweise verkaufe noch ein bisschen was beim Dingen Zur Objekte Jetzt, Moment erst mal B-Kleidung Und zwar Amulett von Sartal Nein Aber Fragment von Gaulders Amulett Steigert die Magie kaum 30 Das trage ich doch So, jetzt tue ich hier erstmal wieder Amethisten Ohrmaß rein Alles mal was mit Wertsachen zu tun hat Leder kommt auch mal rein Lederstreifen auch Rubin Saphir Stahlbarren auf jeden Fall Und Lydia hat auch noch was für die Kiste So, ansonsten Ist sie noch gut ausgestattet So Sonstiges Drachenknochen Und Drachenschuppen So Die Schuppen sind ja gar nicht mal so schwer eigentlich So, meine ganzen Gifte und das Zeug Das verkaufe ich jetzt auch mal wieder Bei der Tusse da oben Und danach noch beim Bele-Tor Den restlichen Rotz Und verschenke es auch Meist es mir sowas von egal Ob ich jetzt da So viel Geld dafür bekomme oder nicht Mein Gott Seht euch nur gründlich um Ich bin mir sicher Ihr findet Ihr seht etwas blass aus Ah, dann seid ihr also ein Alchemist Ja, nebenberuflich zumindest So Zaubertränke Anfälligkeit für Blitz Gift Schwaches Gift Schwaches Gift Schwaches Gift des langen Leidens Mit den Tränken kann man ja eigentlich Saugut Geschäft machen Die bringen so viel Geld Gesundheit verstärken Giftresistenz Krankheit heilen Magiker regenerieren Redekunst verstärken Sehr geil Wenn ihr ein Heilmittel braucht Könnt ihr jederzeit wieder So Jetzt noch zum Bele-Tor Seht euch nur gründlich um Ich bin sicher Alles Für manche ist es Ransch Ja, sorry Dass ich dich unterbreche Stab der Flammen War jetzt nicht so der Burner Zieleleit 25 Punkte Schaden Und doppelt so viel Magikerschaden Der hört sich geil an Ich glaube, den behalte ich mal Nein, kann ich jetzt gerade nicht Unter die Favorites reinhauen So Das Amulett von Akatosh Muss weichen Ach, weg mit der blauen Magierrube Der Ring der geringen Ausdauer Muss jetzt leider weichen Und zwar den verzauberten Ring So Bekleidung Verzauberter Ring Haha 20 Punkte mehr Das Amulett von Sartal Kann ich das nicht verkaufen Schmuckstücke Grimmskrams Solche Sachen Ja, das will ich gar nicht Ne, das Amulett von Sartal Kann ich ihm gar nicht verkaufen Denkt daran Ich tue alles Um euch die besten Geschäfte zu bieten Ja, Leute Dann sind wir so weit durch Hätte ich gesagt Für Dieses Mal Wie viel haben wir? 249 von 320 Das ist gut Ja, Leute Dann wieder mit Blick Auf die wunderschöne Stadtmauer Von Weißlauf Und Auf den Fressenden Wachmann da oben Hauptmann der Wache wohlgemerkt Würde ich sagen Lydia, komm Stell ich mal ordentlich hin hier Würde ich sagen Lydia und ich Wir verabschieden uns Für diesen Teil der Aufnahme Und heißen euch beim nächsten Mal wieder Willkommen Wenn es wieder heißt Let's play The Alice Cross from Skyrim Mit mir, der Max Und mit der lieben Lydia Hier neben mir Und mit Wraith Bis dahin Tschau, Servus